So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein neues Spiel, habe ich vorher noch nicht entdeckt gehabt, Deadly Five heißt das Spiel. Ja, zocken wir mal direkt an auf 20 Cent Einsatz, die ganze Geschichte. Natürlich auch mit Freispiele einkaufen, mal sehen, wie die Möhre so läuft. Ja, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, worum es hier geht in dem Spiel und ich habe es vorher noch nicht entdeckt. Aber schauen wir mal gemeinsam rein. Deadly Five heißt das Spiel. Wenn der eine oder andere wissen möchte, wo ich dann spiele, der kann gerne in meine WhatsApp-Gruppe reinschauen. Der Link wird unter dem Video gepostet. So, ich bin noch nicht ganz wach. Okay, geht nach Wanted-Bildern oder Gesuchten oben, wie man sieht. Der eine ist schon an. Der bleibt aber auch noch Anna als Wild. Aber die Hintergrundmusik musste ich leider geradeaus machen, war echt übel. Aha, der zweite ist an. Ah, der geht ja wieder weg. Also Anna bleibt wohl dann stabil. An, denke ich mal. Okay, in der erste Runde gelaufen. Am schlaffen Gewinn. Spiel finde ich echt langweilig. Von der Grafik gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist auch Geschmackssache. Nehmen wir heute mal ein Querformat für euch auf. Also ist schon langweilig. Finde ich. Aber ist nochmal überhaupt nicht ausschlaggebend, sagen wir mal so, für den Verlauf des Spiels oder für die Gewinne. So. Achso, das heißt ja immer zwischendurch, kann er dir dann einen Wild setzen und dann auch kombinieren. Aha. Ah, nun gut. Schauen wir mal. Ja. Auch gestern nochmal zu dem Gewinn in Sachen Fat Rabbit. Ob das so Dorf bleibt, weiß ich nicht. Aber es lief schon anders als sonst. Das spiele ich ja eigentlich katastrophal. Ich wollte halt eigentlich gestern auch in der Form gar nicht spielen. Ja, und ihr seht auch selber, dann kam so eine Rakete da reingeflogen. Ich muss immer wieder deutlich sagen, auch ihr könnt hier natürlich auch verlieren in Sachen Online. Ist ganz klar. Brauchen wir uns nichts vormachen. Auch das ist hier nur ein Glücksspiel. Aber das sind keine Gewinne, sagen wir mal so, von ein paar tausend Euro, die selten sind. Die kommen hin und wieder schon mal vor. Es sind extrem selten, aber das hat man natürlich woanders in den Spielotheken natürlich nicht diese hohen Gewinne. Das macht eigentlich auch den Unterschied aus. Ich hätte bis jetzt so extrem hohe Gewinne drei oder vier Mal schon gehabt. Und spiele jetzt gerade mal ungefähr, wenn wir sagen, so drei, vier Monate. Ja, hier ist die Party, wo lauf vorbei, so wie es aussieht. Ich finde, es ist ein öde Spiel, aber ich finde jetzt gerade, naja, kann man auch nicht so unbedingt viel zu sagen. Nach dem ersten Rund 20 Spins, okay. Hier ist gerade, wie gesagt, hier im Querformat am Film, ist alles ein bisschen klein. Alle müsste natürlich größer für euch sehen. Rechte, wo halt da stehen. Sieht da noch einen dazu. Vielen Dank erstmal für die Gönner-Glückwünsche von euch. Ja, unter dem Video. Danke euch allen. Oh, ist ja nicht viel passiert. Jetzt 10 schon rum von 20 und... Okay, jetzt sitzt der Dehn da. Ganz links. Batsch, der hat jetzt voll gemacht. Oh, jetzt gibt das ein Bataillon. Ich bin ja mal gespannt. Mega-Gewinn, okay. Super-Gewinn. Das ist doch wahrscheinlich ein super-super-Gewinn. Ein epischer Gewinn. Oh. Hammer. Richtig 100 Euro, wa? Weiter. Da steht ein tödlicher Gewinn. Auch nicht schlecht. Oh, da war immer schon eine Rutsche. Also, du bist bescheid. Tödlichen Gewinn gibt es ja auch. Aber nicht schlecht. Ich wollte schon gerade anfangen zu meckern wieder über das Spiel. Ihr kennt mich ja auch so mittlerweile. 172, also muss ich ganz ehrlich sagen. Gar nicht mal schlecht. Ja, deswegen will ich das nicht auch gleich schon vorher jetzt hier abdrehen. Wird danach noch eine Runde drehen. Vielleicht heute Abend noch mal weitermachen, weil ich habe es mir wirklich jetzt abgewöhnt, dann weiterzumachen. 162 Euro ist natürlich ein Hammergewinn. Da muss man sagen, auf 20 Cent ist das schon ganz gut. Okay, dann ziehen wir mal weiter. Eine Runde noch Leute, da muss ich das Ding leider hier abschnüren. Dann soll ich mir den Gewinn kaputt. Das wäre ich natürlich nicht tun. Aber vielleicht kommt heute Abend noch mal eine Fortsetzung. Das Spiel heißt Deadly Five. Ja. Okay, jetzt habe ich nochmal 10 Spins genommen. Hammer ey, was ein Auftakt ey, Wahnsinn. Also momentan läuft es online wirklich sehr gut. Ich gehe da auf viele Bilder von euch, ihr seid ins Gewinne dazu geschickt. Hammer. Was da für Raketen momentan kommen. Am Anfang des Monats, vielleicht liegt es damit zusammen, Ende des Monats, Anfang des Monats, der Übergang, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So. Tja, das war nichts. Aber wie gesagt, auch kurz und schmerzlos diesmal. Wenn ihr wissen wollt, wie gesagt, wo ich spiele, schaut gerne nachher in meiner WhatsApp-Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Dort könnt ihr mich ja persönlich ansprechen. Ja, das war es mal wieder in Sachen Gewinne. Diesmal ging es relativ schnell. Normalerweise ist es eigentlich sehr unüblich online, dass es so schnell geht, finde ich. Aber ich habe in letzter Zeit sehr viel, wie soll man sagen, auch Gewinne zerstört, indem ich dann einfach weitergemacht habe. Wahllos, unüberlegt. Und auch 100 Euro oder 150 Euro, die man dann gewinnt, die sollte man pfleglich behandeln. Sonst geht es nämlich drastisch bergab danach. Ja, gut. Wir sehen uns. Ich wünsche euch natürlich auch einen schönen Tag und viel Glück beim Zocken. Und ciao. Spiel, wie gesagt, heißt Badly Five. Und tschüssi. Das ist hier meine WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Spielen, könnt ihr mich gerne da auch in dieser WhatsApp-Gruppe ansprechen persönlich. Schaut ganz gerne mal rein. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch viel Spaß und noch einen schönen Abend. Tschüssi.